Die 5 besten Food Prep Boxen für eine gesunde Ernährung Ich habe das Emsa Clip & Close Frischhaltedose Meal Prep Set N10307 vor kurzem gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die 5 Dosen sind alle 0,8 Liter groß und absolut dicht, was für mich wichtig ist, da ich oft Essen für unterwegs mitnehme. Auch die frische Dichtung erfüllt ihren Zweck und das Set ist Spülmaschinen, Mikrowellen und Gefrier geeignet. Die Größe der Dosen ist perfekt für meine Bedürfnisse und sie lassen sich sehr gut stapeln. Ich kann das Set nur empfehlen. Ich habe das 10er Pack 2 Fach Meal Prep Container von Igloo gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Die Essensboxen sind BPA frei und wiederverwendbar. Auch der luftdichte Deckelverschluss ist sehr praktisch. Ich benutze die Lunchboxen für allerlei Arten von Lebensmitteln, sie sind mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest. Die Vorratsdosen haben eine gute Größe und halten das Essen frisch, was sehr wichtig für mich ist. Ich empfehle sie auf jeden Fall für jeden, der Mahlzeiten vorbereiten möchte und eine hygienische Möglichkeit zur Aufbewahrung sucht. Ich habe mir das 10er Pack der 1 Fach Meal Prep Container von Igloo gekauft und bin begeistert von der Qualität. Die Essensboxen sind sehr praktisch fürs Lunchpaket zur Arbeit oder für unterwegs. Der Deckel lässt sich leicht verschließen und hält das Essen luftdicht, sodass es frisch bleibt. Außerdem kann man die Boxen in der Mikrowelle erwärmen und sie sind spülmaschinenfest. Die Tatsache, dass sie wiederverwendbar und BPA frei sind, ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Ich würde diese Bento-Boxen jedem empfehlen, der nach praktischen Essensbehältern sucht. Ich liebe das Mzirko Glasfrischhalte-Dosen-Set für Lebensmittel. Die 20 Teile, einschließlich 10 Behältern und 10 transparenten Deckeln, sind perfekt für meine Bedürfnisse in der Küche. Ich kann sie einfach in die Spülmaschine stecken, in der Mikrowelle verwenden oder im Gefrierschrank aufbewahren. Ich mag auch, dass sie auslaufsicher sind und BPA frei. Die Größen der Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Resten oder als Vorratsbehälter. Die Gläser sind robust und langlebig. Obendrein ist das Set auch optisch ansprechend. Ich würde dieses Set jedem empfehlen, der eine praktische und hochwertige Lösung zur Aufbewahrung von Lebensmitteln sucht. Ich habe kürzlich das FitPrep Original 2-Fach-Meal-Prep-Boxen im praktischen 10er-Pack, inklusive schönem E-Book-Rezeptheft gekauft und bin begeistert. Die Boxen sind von sehr guter Qualität und man kann sie super einfach in der Spülmaschine reinigen. Das E-Book-Rezeptheft ist sehr schön gestaltet und bietet eine Vielzahl an köstlichen Ideen für Meal-Prepping. Die Aufbewahrung der Mahlzeiten klappt mit den Vorratsdosen perfekt und auch für unterwegs sind sie sehr praktisch. Ich kann das FitPrep Original 2-Fach-Meal-Prep-Boxen jedem empfehlen, der eine gesunde Ernährung schätzt und das Planen seiner Mahlzeiten erleichtern möchte. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.